ja und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen case opening wieder mit den chroma 3 und wir starten schnell und reiben natürlich wieder dran es geht los mit dem ventilator ich habe schon gehört dass viele leute die ump als einer der schönsten überhaupt sehen eine der schönsten skins in der kiste muss nicht also ich hab's jetzt persönlich nicht in dem gesehen oder sonst irgendwas kann ich da auch nicht so viel zu sagen vielleicht muss ich mal nachher im markt mal eine anschauen dagegen hat zwei mit diesen durch wieder diese weiß gewehr hier habe ich schon danke noch mal kann reiben oder willst du mich faschen leute das war's für dieses case opening ich bedanke mich herzlich und sag bis zur nächsten woche tschüss tschüss